Frau Nevers, fällt dir zu Riedlingsdorf ein? Puh, langes Straßendorf, da gibt es eine kleine Insel in der Pinker, wo der Ungar Wolfgang heuer war. Die Schulkollegen haben ja als Zwiefler gerne aufgezogen, die aus Riedlingsdorf waren. Genau, die Zwiefler sind sie, genau. Aber was man nicht für möglich halten würde, Riedlingsdorf ist auch sowas wie die, zumindest die europäische Metropole für Johnny Cash Fans, denn dort steigt das zweite europäische Johnny Cash Festival, da hätte steigen sollen, Corona hat das leider verhindert. Walter Ringhofer ist der Initiator des Festivals und Betreiber des Johnny Cash Museums in Riedlingsdorf und der will natürlich das Festival unbedingt im kommenden Jahr nachholen. Jetzt mal als kleine Zwischenlösung hat er eine CD produziert, auf der Lieder des ersten Festivals zu hören sind und Cashmankerl der Extraklasse. Ich habe jetzt einmal die Cash angeschrieben, wo sie darf. Als erste war eben, dass ich von den Cashen so okay kriege. Jetzt haben wir die Cash dann zurückschrieben, ich kann machen, was ich will. Ich kann nehmen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Walter Ringhofer hält sie zufrieden in der Hand, die CD We'll Meet Again. 18 Titel sind darauf zu hören. Einige davon wurden beim ersten Johnny Cash Festival 2018 aufgenommen. Zum Beispiel von Debbie Horton, sie war Liedgitarristin bei Johnny Cash. Im Johnny Cash Museum gibt es tausende Erinnerungsstücke zu sehen. Signierte Fotos, Schallplatten, Kleidungsstücke. Der ganze Stolz von Walter Ringhofer ist aber eine Gitarre von Johnny Cash. Über dieses Instrument hat ein Musiker sogar ein Lied geschrieben. Der Margot ist Zahnarzt in Deutschland und ist ein großer Fan. Ich kann sicher 50 Lieder von Johnny Cash perfekt auswendig. Und die stimmen wir auch toll. Und der hat das Lied für uns geschrieben, hieß »Forgotten Gitarre«. »We'll Meet Again«, »Wir werden einander wiedersehen«, heißt das erste Album des Festivals. Im nächsten Jahr, so hofft Walter Ringhofer beim zweiten europäischen Johnny Cash Festival im Südburgenland. Einige Musiker können es kaum erwarten. Da waren dann teilweise auch dabei, die gesagt haben, ich will beim nächsten Mal, dass ich dabei bin und dabei sein darf. Umsonst. Michaela Frühstück war für uns in Rillingsdorf bei einem wohl der größten Johnny Cash Fans weltweit. Die CD zum Johnny Cash Festival ist mit 1500 Stück übrigens limitiert. Und jetzt für Sie ganz großer Hit von Johnny Cash bei uns in Gottenberg-Burgenland. »I Walk the Line«. Drei Viertel Nog. »I Keep a Close Watch on this Heart of Mine« »I Keep my Eyes wide open all the time« »I Keep the Ends out for the tie that binds« »Because you're mine« »I Walk the Line« »I Find it very, very easy to be true« »I Find it very, very easy to be true« »I Find myself alone when each day's through« »Yes, I'll admit that I'm a fool for you« »Because you're mine« »I Walk the Line« »As sure as night is dark and day is light« »I Keep you on my mind both day and night« »And happiness I've known proves that it's right« »Because you're mine« »I Walk the Line« »You've got a way to keep me on your side« »You've got a way to keep me on your side« »You give me cause for love that I can't hide« »For you I know I'd even try to turn the tide« »Because you're mine« »I Walk the Line« »Then you сами get a way to keep me on your side« »I» »Goodman« »When the kilos » »Nedged Generationcks » »I «APT flop click. »ASuur » »WEEN YEARS« »IT »aras adhered » »TERPARET » » Leonard